Bei ihrem Besuch auf der Flotte zeigt sich Prinzessin Kate einmal näher von ihrer zugänglichen Seite und steht für nichts. Sie steht vor unerwarteten Herausforderungen. Bei ihrem letzten Auftritt auf einem Luftwaffenstützpunkt der Royal Navy zeigt Prinzessin Kate erneut Humor und stellt sich neuen Herausforderungen. Während der Sicherheitseinweisung in die Schwimmweste sieht Kate etwas verwirrt aus und kann nicht aufhören zu lachen. Schließlich gehört das Tragen von Militärkleidung nicht zu ihren Hauptpflichten als Königin. Prinzessin Kate, bei einem Besuch bei der Marine stößt sie auf unerwartete Schwierigkeiten. Aber die Prinzessin lächelt gekonnt und glättet so ihre Unbeholfenheit. Der Rundgang über den Militärflugplatz versetzte die Mutter von drei Kindern in Staunen. Und hier steht Kate über nichts. Mit hohem Punkt steigt sie ganz selbstverständlich in das Cockpit eines Kampfjets. Mit ihrem echten Interesse erobert sie Menschen und beweist, dass sie auch als Prinzessin nicht zu zimperlich ist. Ob es für das Militär geeignet ist, ist noch fraglich. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Mit дела? Untertitelung des ZDF, 2020